Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem super spannenden Thema Erdbeben in Berlin und die Medien vertuschen es. Und das letzte ist gar nicht so lange her. Das war jetzt gerade erst am Montag, den 24. Juli. Und wenn das einfach so passieren würde und wenn dann normal darüber berichtet werden würde, dann würde ich der Sache gar nicht weiter nachgehen. Aber es wird darüber berichtet, dass da Eurofighter direkt über Berlin die Schallmauer durchbrochen haben. Und so sind diese drei richtig laute Knalle gewesen, die auch die Berliner beschreiben, die da wohnen in diesem Gebiet. So wird das dann halt eben offiziell erklärt. Aber man findet das natürlich in den Erdbeben-Statistik-Apps. Und da merke ich dann schon wieder, aha, also wenn an den Nachrichten gedreht wird, dann wird es natürlich interessant, weil dann hat jemand da den Wunsch, etwas ungesehen zu machen. Und das schauen wir uns heute mal in dem Rahmen, wie es uns möglich ist, an. Erstmal hier das Beben, was hier in Berlin stattgefunden hat. Wir sehen hier 24. Juli 2023. Und das ist auf der Karte ein bisschen schlecht zu sehen. Man sieht aber diese Straße, die da einmal schräg gerade durchgeht. Das ist die A115. Also wenn man die Berlin-Karte daneben legt, dann sieht man, okay, das ist also direkt neben dem Grunewald. Also ein reiches Viertel, ein Villenviertel, in dem viele reiche Menschen wohnen. Und wer weiß, was halt eben im Untergrund des Berliner Grunewalds so stattfindet. Wenn man das ein bisschen genauer eingrenzt, dieses Gebiet, das hier habe ich noch gefunden, dann sieht man, dass das in der Nähe der Bismarckbrücke ist. Also ja, einfach wirklich super, super spannend. Und ich sage es ja nochmal, also sowas kann passieren. Ich habe dann mitbekommen, dass es in letzter Zeit viele Erdbeben unter Berlin gab, wie ich dir auch gleich vorstelle. Aber ja, wie wurde darüber berichtet? Wieder mal eine kleine Lügengeschichte als Ablenkung. Und hier die Birgit hat halt auch darunter gepostet. Kann ich bestätigen, gegen 16 Uhr zwei so starke Erschütterungen, dass das ganze Haus vibriert hat und die Fenster klirrten. Circa zehn Minuten später noch zweimal. So heftig habe ich es noch nie erlebt. Abends im RBB wurde es als Übung der Bundeswehr mit Eurofightern erklärt. Ja, nee, ist klar. Ja, vor allem die Eurofighter fliegen dann so mehrere Kreise über Berlin und durchbrechen dann nach zehn Minuten nochmal die Schallmauer oder was. Also das ist wirklich lustig und an den Haaren herbeigezogen. Aber wie gesagt, führt uns halt auf die Fährte, die halt eben deutlich interessanter ist. Also wenn nicht hingeschaut werden soll, dann ist da auf jeden Fall an der Geschichte was dran. Und hier, das ist vom Tagesspiegel. Sie schreiben, am Montag berichten zahlreiche Menschen in der Region von drei explosionsartigen Geräuschen. Nun bekennt sich die Luftwaffe der Bundeswehr. Drei laute explosionsartige Knallgeräusche haben am Montagnachmittag zahlreiche Menschen in Berlin und Brandenburg aufgeschreckt. Auf Twitter berichteten zahlreiche User von Potsdam über den Berliner Westen bis nach Oranienburg von vibrierenden Fensterscheiben und wackelnden Wänden. Dahinter stecken ganz natürlich, ganz klar mehrere Eurofighter-Jets der Bundeswehr. Zuvor war auf sozialen Netzwerken über die Ursache des mysteriösen Knalls spekuliert worden. Einzelne Nutzer vermuteten das Kraftwerk Reuter West, weil da eben im Januar 2022 nach Regelungsschwankungen Druck abgelassen werden musste. Das ist auch wieder so ein großer Witz, weil auch da gab es Erdbeben in Berlin, zeige ich dir gleich. Aber erstmal, die Folge lautet dumpfe Geräusche im Berliner Nachthimmel und zahlreiche besorgte Anrufe bei der Berliner Polizei. Andere User mutmaßten, der Löwe von Kleinmachno habe sich nach einer kurzen Wochenendpause wieder durch Gebrüll zu Wort gemeldet. Hahaha, wie lustig. Aber wenn wir mal bei der Sache bleiben, dann stellen wir fest, also im Berliner Untergrund ist was passiert, nachweislich. Weil die Apps, die das ja erfassen, die Erdbebenstatistiken, die weisen das ganz klar nach. Und es wird uns halt erzählt, naja, also da war ein Knall, zehn Minuten später nochmal zwei Knalle. Und das sind natürlich Eurofighter, die genau über der Berliner Hauptstadt die Schallmauer durchbrochen haben, dreimal hintereinander. Genau, wie absurd darf es bitte noch sein. Und dann habe ich nach anderen Berichten recherchiert. Und siehe da, wir tasten uns mal ran, das ist hier vom 23. November 2021, steht hier auch Erdbeben in Berlin, gegen 14 Uhr in der Hauptstadt. Und das Epizentrum liegt nach offiziellen Angaben direkt in der Stadt, also direkt im Prenzlauer Berg, sogar in der Nähe, wo ich früher mal gewohnt habe. Knapp unter dem Kollwitzplatz, also ja, schon spannend. Und hier, das ist von dem Telegram-Kanal Kate Bono Awake, haben mich schon manchmal Leute gefragt, wie der Kanal ist. Ich blende es dir einfach mal mit ein, weil sie postet viel über diese Beben, Aber vor allem auch über die, also gerade massiv stattfindenden Evakuierungen und auch also ganz mysteriösen Funde von zum Beispiel irgendwelchen Kriegsbomben zum Beispiel noch. Und also was halt gerade massiv stattfindet und halt eben auch von diesen Erdbeben, was vermehrt auftritt, wo man sich halt eben fragen kann, ja, sind das natürliche Phänomene oder passiert hier im Hintergrund wirklich eine ganz, ganz große Aktion, die uns halt nach vorne hin als irgendein Bullshit verkauft wird. Dann haben wir hier 25. November gleich das nächste Erdbeben in Berlin, also nur wenige Tage später. Auch wieder in der Berliner Innenstadt, also ja, schon krass. Dann hier der 20. Dezember 2021, auch da wieder ein erneutes Erdbeben, also alles innerhalb von ganz wenigen Tagen. Und das Epizentrum liegt in Gropiusstadt, also so in der Nähe von Neukölln. Und da schreibt halt auch einer, ich wohne in Berlin, letzte Nacht gegen drei Uhr hatten wir einen sehr lauten Knall. Und nachts um drei Uhr war es bestimmt kein Eurofighter, der die Schallmauer durchbrochen hat. Es war unglaublich, mein Herzchen pochte, wenn es nachts passiert, dann ist es sehr unangenehm. Ich kann auch bestätigen, dass aktuell gerade ein Stromausfall in Berlin-Neukölln ist. Ich wohne nur 20 Kilometer entfernt, ich habe die Informationen diesbezüglich gerade erhalten. Vielen Dank für eure Arbeit, fühle mich seit langem sehr verbunden mit eurem Kanal und eurer tollen Arbeit. So und dann, 8. April 2022, da hat Kate mal wirklich die ganzen Erdbeben der Tage auf eine Linie eingeordnet. Also es ist schon wirklich auffällig. Und wir reden hier nur von den Erdbeben. Wenn wir jetzt noch den Wetteradler mit dazu nehmen und dann diese ganzen Flugformationen, die davor und danach im Himmel stattfinden, dann glaubt keiner mehr an irgendwelche natürlichen Begebenheiten, sondern dann ist ganz klar, oha, da passiert was. Ja, und da haben sich in 28 Stunden in Polen mehrere Erdbeben ereignet. Und sie schreibt halt, aus diesem Beben ergibt sich immer wieder diese Linie Hamburg, Berlin, Breslau, Krakau, Kisinau und Odessa. Sehr interessant, vor allem Odessa ist ja gerade bekannt für das größte unterirdische Katakombennetzwerk der Welt und Berlin ja auch. Also schon spannend, jetzt könnte man ja anfangen auch mal über den anderen Städten zu recherchieren. Also wirklich krass, wenn man das alles mal so in eine Linie bringt. Dann 30. April 2022, wieder ein Erdbeben unter Berlin. Berlin, das Epizentrum liegt direkt am Klinikum Volkspark Friedrichshain und da bin ich auch wieder hellwürdig geworden, weil was ist da? Da ist einer der drei Bunkerberge oder Schuttberge von Berlin sozusagen. Das schreibt halt auch Norman darunter. Ja, dort ist der große Eingang zum Hauptbunker mit Verbindungsweg, Führerbunker. Man nennt ihn auch Mount Klamot. Damals Silly, ein Lied gesungen drüber. Also sehr interessant, wenn gerade da ein Erdbeben stattfindet. Ja und dann 26. August 2022, mehrere Erdbeben in Berlin. Also du merkst, das sind jetzt die Beben der letzten 30 Tage in Berlin, alle mal auf einer Karte und du merkst schon so, okay, also da passiert doch was. Und einer schreibt, ja, Berlin ist auf Sumpfland gebaut. Und ja, wenn da halt eben im Untergrund etwas passiert, also keine natürlichen Erdbeben, sondern möglicherweise Sprengungen stattfinden, dann ist natürlich klar, dass ja von offizieller Seite verlautbart wird so, hey, es gibt natürlich eine ganz normale Erklärung dafür. Also es ist dann immer irgendein Werk, wo Dampf abgelassen wurde oder ein Eurofighter oder was auch immer. Aber wenn man mal weitergeht und vor allem, also jetzt auch in den letzten Jahren mit offenen Augen mal recherchiert hat, dann kann man eher dahin kommen so, naja, da passiert was. Da werden möglicherweise Dinge gesprengt. Wer weiß, was da aufgeräumt wird. Also super spannend. Ja, wie gesagt, ich lade dich ein, gerne auch auf Kate Bonos Kanal regelmäßig vorbeizuschauen. Ich lese da sehr, sehr gerne und empfehle den dann einfach an dieser Stelle auch mal. Und ansonsten vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar zu diesem Thema. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Karl Brenner.